hallo liebe community family und zuschauer ich bin es wieder über die kommentar 97 folge von dazos 3 na komm komm zu mama es wird auch ihr geschickt kurz gesagt so bin ich schon das hier kein neufall gibt wundert mich ok ok ja 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 ok ich komme ganz gut durch ganz gut titan trocken ist ja noch was wie konnte ich sowas übersehen einmal knochen ein knochen in die heimat du liegst doch komisch ich habe ein leicht feuer Da habe ich auch noch mal was. Alter. Wann bist du groß? Der war groß. Oh, ein Schild. Also, ans Dach fehlt es mir hier nicht. Na, was schreibt D. Verbrauchst aber, versuch Nahkampf. Regen voraus, aber vorsicht Bestie. Also, es läuft. Es lüppt, sag ich mal. Na gut, ich bin noch ein bisschen über... Ja, bin ich übertrainiert, überpowered? Äh, will ich jetzt nicht so sagen. Bleib liegen. Wiederauferstehung gibt es hier nicht. Also, du bist ein scheiß Boss. Da meinst du aber ganz genau, dass ich dich hasse. In dieser Richtung kann ich dich nicht bewegen. Also doch nach oben. Das Gute ist, wir haben jetzt hier schon einige Seen auch eingesammelt und anderes Zeug. Dreck. Äh, Finstergeist sozusagen Dreck. Links voraus. Hi. 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 Nyaaaaaa Weezo Lobby in Foil wey Komm her! Ich hacke dir auf den Fuß herum, da-la-di-da-dum Ja, ist da Ich gucke dir auf jeden Fall Ach, da-a-dum Eeeh, ich halte. Ah, Lütf, laaa. Nein, 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 nein. Du, lass mich mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Warum muss es zwei von denen geben? Ja, alles klar Ich bin hier am leichter Marsch, würde ich mal sagen Ja, alles klar Ja, alles klar Ich hab, äh, warte mal Heimatknochen Das ist das einzige, was ich jetzt machen konnte Rückzug Ich will mal ein bisschen wieder mich aufleveln Guck mal, die habe ich auch noch Wie viel? Ja Hätte man sein können, aber Ja, sehr schön Ja, 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 ja Aufsteigen Ja Ashen 1 Ashen 1, Ashen 2, Ashen 3 Und mal gucken, was man schön ist jetzt hier Nein Was haben wir denn hier Ah, da wollte ich mal gucken? Da wollte ich mal gucken Ich weiß jetzt nicht, wie ich vorgehen soll Das ist jetzt eben gerade mein Problem Ashen 1 Das ist immer noch nicht zurück Ah, das ist gut, wasn't he? Ah, das ist gut, wasn't he? Was ist denn nicht? Oder was, was wichtig ist? Was? Ne, war es nicht Ach Ach Hm Man, Annie will mich hier verarschen, ne? Die Frage ist, wie mache ich das jetzt? Okay Es muss doch einen Weg geben gegen den alten Lindenwurm Also sprich, den Drachen anzukommen Aber welchen? Das ist hier die Frage Aber welchen? Das ist hier die Frage Ich habe einmal Glück gefunden Ich habe einmal Glück gefunden Was? Ach ja, stimmt ja, ich habe hier meine Todesliste vergessen Zwei Tote muss ich mir noch eintragen, jeeeey, da war doch was Wenn dann dann schon, ne? Sag bloß, dass meine Seen hängen da oben Oh, da war ich hier Wenn ich sterbe, alle meine Seelen Das wäre echt Arschloß Was steht denn hier? Ja Ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020